Nein, unsere Namen sind wir nicht. Nein, die Farbe unserer Haut sind wir nicht. Nein, unsere Körper sind wir nicht. Nein, die Grenzen dieser Länder sind wir nicht. Nein, die Grenzen der Religionen sind wir nicht. Nein, die Titel der Hierarchien sind wir nicht. Nein, die Diener dieser Könige sind wir nicht. Wir sind gekommen um nach Hause zu gehen. Wir sind die Kinder der Barmherzigkeit. Wir sind Lämmer unter Wölfen. Wir sind die Kinder der Entschiedenheit. Mögen wir klug sein wie die Schlangen und rein wie die Tauben. Wir sind die Kinder der Quelle. Wir sind die Seienden. Wir sind die Zeienden. Untertitelung des ZDF, 2020